Boah, ich hasse so'n Leute, die so ekelhaft positiv sind. Das gibt ne Maximalbelastung. Und wo wir bei Maximalbelastung sind, da bin ich jetzt! Eigentlich kann ich viel besser, der war richtig schlecht. Soll ich nochmal? Ja, der war richtig. Also, wenn er deinen Ansprüchen nicht genügt hat, was soll ich sagen? Warte jetzt. Das mit dem Handy nervt dich. Du sagst aber nichts, was dafür spricht, dass ihr schon ne Weile zusammen seid. Statt mit ihm darüber zu streiten, hast du dieses unfassbar hässliche Lila ausgesucht, was weder dir noch ihm so richtig gefällt. Mein Tipp, trennt euch. Weißt du, dass Leute, die aussehen wie ich, wenn die sich so ne Frisur machen, Jobs und Wohnungen nicht bekommen? Weißt du, wie heftig verbotselt das ist? Mach dir die scheiß Frisur ab, das sieht kacke aus. Okay, sorry, ich wusste nicht, das ist das Schlimme.